Wir sind mal zusammengekommen, weil wir wieder mal eine Sternfahrt umgebracht haben. Es war die siebte und es waren unheimlich viele Leute dabei, was mich sehr gefreut hat. Was aber auch klar war, ich glaube wir haben die Stärken einigermaßen gut gewählt, dass alle mitfahren konnten, die wir auch gefreut haben. Und ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht. Ich denke, es war für jeden etwas dabei, es hat zumindest eine Ausstattung. Ich denke, es hat einigermaßen für alle so ein bisschen gepasst. Der Wettergott war diesmal nicht ganz so gnädig zu uns, es hat uns auch da richtig verregnet. Viele kriegen Schotten, wurden wegengeschirmen. Es war auch ganz schön, es war auch sehr wichtig, ein paar Unentwegte, ich war auch dabei. Wir sind dann noch ein Hafen runter, also wir haben zumindest die Wasserordel richtig gehört, ja. Die hat geflautert in die Ende. Ja, die Sternfahrt ging richtig gut los und wir kamen gleich richtig schön vorwärts. Heute von Fonga ist gleich mal wieder da abgebunden, wenn es notwendig war. Wir sind auch geradeaus, aber wir waren nicht da abgebunden. Achso, das ist das. Straight ahead. Und gab es noch andere, die meinten, sie kommen ohne Ausweis nach Grazien. Ich muss jetzt zu seiner Entschuldigung sagen, ich habe nachgeschaut im Kroatien-Forum, da stand drin, deutsches Nummer-Schild reicht. Ja, wie wir dann feststellen durften, reicht das nicht. Aber ganz großes Lob an Andi, er war am Sonntag in der Früh um sechs hier. Und das ohne jede Hilfe, sondern ganz alleine. Er hat seinen Ausweis geholt, er ist praktisch bis nach Niederbayern zurückgefahren und ist wieder hier gewesen und kurz nach sechs am Sonntag in der Früh. Ganz großes Lob an Andi. Und das Ganze ist ein bisschen weiter zu spielen. Also, die Zadarbritwitze hat es uns ziemlich verarmt. Ich habe mir diesmal auch ein paar Tage Auszeit genommen, das haben sie auch genommen. Soll auch so sein. Ich habe mir immer gesagt, jeder kann, keiner muss. Und das hat er auch schön ausgeschnitzt. Also, das finde ich ganz gut. Und ja, die letzten Tage waren dann wieder so richtig schön, so wie wir gerade sehen können. Wie wir es eigentlich immer gehabt haben. Also, auch die ersten Fahrten nach Corritsch haben wir ein bisschen reden gehabt. Und dann kam die Sonntag, genau sowas bis mir auch. Highlight war sicherlich der Besuch bei Dali-Boer. Ich habe heute auch noch, wenn es im Hotel Termin da war. Also, da ist so richtig gut abgegangen. Ich war beim Weltessen. Die, die dort waren sicherlich auch, aber die haben anders gemacht wie ich. Ja, aber war sicherlich eine tolle Sache bei Dali-Boer. Und ich denke, der ein oder andere wird sicherlich bei ihm mal wieder vorbeifahren. Ja, ein bisschen was Unschönes war auch dabei. Ich möchte es hier einmal so sagen, also um Halstie geht es eigentlich auch ganz gut. Wenn wir Glück haben, ist er schneller da oben. Wenn wir Pech haben, dauert es ein bisschen länger. Also, das hängt einfach davon ab. Entweder wird er morgen mit dem Flugzeug heimgeflogen. Und wenn aber Behandlung stattfindet, dann wird er in den Krankenwagen eingefahren. Aber im Prinzip, den Umständen entsprechend geht es ihm gut. Und wird auch alles wieder so werden, dass er wieder richtig gesund wird und dass das alles wieder passt. Kann einmal passieren, das tut uns alle leid. Eins von meiner Seite, bitte, schreibt nichts dazu im Internet. Ja, nicht. Das hat einen ganz besonderen Grund. Das braucht keinem großartig was Wissen. Es geht nicht darum, dass ein Unfall war oder sonst irgendwas. Das kann jeder wissen, das ist wurscht. Aber die Polizei muss ja nicht nachlesen, was da war oder sein konnte oder sonst irgendwas. Oder was, wenn irgendjemand zusammenrein. Also lasst es ein paar Minuten draußen, schreibt nichts dazu. Wenn er was wieder daheim ist, werdet ihr es sicherlich merken, weil dann schreibt er auch wieder in den Wohnummern, das ist fantastisch. Okay. Ja, morgen geht es dann für uns alle wieder nach Hause, die Eintür. Ja, naja. Der muss, der hat 1700 Kilometer. Ich dürfte damals eigentlich auch die weiteste Antwort haben, wie immer. 1700 Kilometer plus Block-Abfertigung. Der hat mit mir fast schon eine Wette abschließen wollen, dass er vorhin kommen wollte, da ist. Hat er auch ganz großen Trick geschrieben. Ja, aber gut, wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt, nein, 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 wenn die Block... Hätten wir die Ausweisung haben, dann werden wir wieder schneller gehen. Du, keine Block-Abfertigung, wir einen Ausweis und richtig fahren, wenn er eine Stunde eher da ist. Ja, was damals zu sagen wird, ist das übliche Dankeschön. Ein ganz, ganz großes Dankeschön erst mal an euch, die ja alle mitgefahren seid, die ja so viel Vertrauen zu mir habt. Ich wundere mich ja immer wieder darüber, es kommt einfach... Ich denke mir, was soll ich mit der ganzen Kolinda tun? Aber, nein, finde ich ganz toll. Ganz, ganz großes Dankeschön an die Anja, die Töfefe, die eigentlich alle hier kommen vom Forum aus. Die mir sehr, sehr viel Arbeit abnimmt und wirklich dieses Radbuch und so weiter so toll gestaltet und ja, auch die Hirtenbriefe, die da kommen und so, also da hilft es mir unwahrscheinlich viel. Und ein größeres Wort kann man ja, glaube ich, nicht geben, als wenn wir alle wissen, was die anderen eigentlich für uns tun. Wir hoffen natürlich auch nicht, dass irgendwann auch mal wieder auf der Fernfahrt mit dabei sein wird. Wann das sein wird, weiß ich nicht, aber ich hoffe, irgendwann, vielleicht schon beim nächsten Mal, dass es dann mal wieder auch mitfällt. Weiteres Dankeschön an Chris, ohne den es die Sterbfahrt gar nicht geben würde, weil hätten wir das vor noch nicht, wo wären wir dann alle? Irgendwo versumpft im Internet. Wir haben uns ja auch immer mit seinen Fotos geglückt, also heute, glaube ich, hast du mal so ein richtiges Highlight gehabt, also das Foto schaut einfach krass aus. Ja, ich denke auch, das war das Beste, was wir hier hatten bis jetzt. Das Foto und hast du super ausgesucht, die Location. Passte. Dem Horst hier hat es auch gefallen. Dem Horst hier hätte es auch gefallen, okay. Hat es. Okay. Man muss wieder dazu sagen, der Horst hier war ich schon 18 Jahre alt, das erste, was wir haben, war, die muss auf den Parkplatz dann aufmachen. Hat der Klob auf, hat der Klob auf, hat der Klob auf, hat der Klob auf, hat der Klob auf. Das hat auch gestimmt. War die ein oder andere kritische Stimme Hammer, der Kass. Also ich habe mich auch gebraucht, wenn ich dann da oben war, ich sehe noch kein bisschen Platz da. Also es waren eindeutig zugehe, Autos da. Falls morgen irgendeiner was vergisst, dann wird er sich bereit, das alles mitzunehmen. Mit persönlicher Vor-Ort-Auslieferung. Das war eine sehr gute Ehrenschule, meine Frau, die mich einerseits unterstützt und andererseits ja gut ist, dass ich jeden Tag bis 11, 12 oder 12 im Forum drin bin oder im Internet rumsurfe und versuche irgendwas zu finden. Das müssen wir auch mal erst ertragen. Ich wünsche euch für morgen allen eine gute. einen guten Heimweg, kommt man gesund all wieder nach Hause, macht es mir echt irgendwas auf der Schlechtung, vor allen Dingen überholt mich nicht, weil ich bin relativ weit vorne. Ah ja, und offizielle Geschwindigkeit in Kroatien ist 154 Stundenkilometer. 130 plus Mehrwertsteuer. Aber bevor wir den meisten auslassen, was ist mit dem nächsten Jahr, kommt auch warm. Zum Ende der Sternfaser ein kleines Geschenk von mir. Ihr solltet ja auch wissen, warum man die 15 Euro bezahlt. Ich möchte jetzt mal darum bitten, keiner, bitte keiner, öffnet dieses Geschenk, bevor alle verteilt sind. Einfach das Überraschungseffekt wegen, weil man, oder weil die Anja sehen will, was ihr für Gesichter macht. Und der Christmus ist filmen, hat sie gesagt, und möglichst auch noch gleichzeitig fotografiert. Und der Christmus ist filmen, hat sie gesagt, und das ist ja auch schon gut. Glücklich, mit mir! Glücklich, mit mir! Glücklich, mit mir!